Mein Name ist Anton Seifert und ich möchte bitte gerne den Bernhard besuchen. Er hat Ihnen das sicherlich von mir erzählt, oder? Jan, das ist der letzte Rest, wirst du? Das ist alles, was ich habe. Ich brauche das. Ich brauche das gegen die Schmerzen. Das ist alles, was ich wissen will. Das sieht anders aus, als du denkst. Das hat nichts mit Illegals zu tun. Ich mache das freiwillig. Das kann mir keiner verbieten. Umso besser. Warte mal, mein Scheiße! Warte doch mal, Mann. Warte. Er hat alle überlebt. Als Einzigster. Befehl ist Befehl. Scheiß, Scheißkrieg. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich will einen Anwalt. Mein lieber Freund, ich warne dich. Ich, ich habe so. Ich hatte so eine Tasche vor dem Typen mit dem Gummianzug. Und wo ist die Tasche jetzt? Schau, ich will dir doch nur helfen. Verstehen Sie nicht. Springen Sie bitte lauter. Wo ist die Tasche? Wie soll jemand kreativ sein, wenn Nathalie Wieskummer leidet? Du, ich meinte nicht dich. Ich weiß, dass du gegen Gefühle immun bist. Deine Blockade wird uns Kopf und Kragen kosten. Such dir jemand anderen. Wo wohnst du? Äh, Friedrichshain. Straße. Dannecker Straße. Hausnummer. Vierundzwanzig. Name. Partner. Vor Name. Richard. Scheißkrieg. Nein, ehrlich. Echt. Nicht heiß so. Echt. Juhl. Hättest du dich das getraut, wenn dein Vater noch gelebt hätte? Hättest du dich das getraut? Hättest du dir das aufgetraut, wenn dein Vater noch gelebt hätte? Ich hab' ein Scheißproblem. Du bist das Scheißproblem. Es war für uns alle hier. Na komm doch. Komm. Heu mal eins auf die Schnauze, du Arsch. Für den Tag, den Führerschein, die Fahrzeugpapiere, bitte. Das ist ein Lehrling, was? Was glauben Sie, bringt Ihnen das, mit Hunden zu arbeiten? Das ist ein Lehrling. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020